servus liebe fifa freunde hier ist euer mike und es geht weiter bei fifa 14 bei der pegboard to chloe es geht ja um den titel jetzt müssen wir immer gucken die musik ist halt zu leise ja es geht um den titel und ihr habt es vielleicht gerade gesehen wir haben ein neues team und zwar ja ich gucke mal ob wir hier manager irgendwie haben ich glaube aber nicht nein ja wir machen jetzt einfach pellegrini ist das scheiß egal und wir spielen jetzt einfach so das sind die bundesliga spieler die wir bis jetzt aus den packs hatten ist ganz ordentlich nicht bombe aber läuft hauptsache ob er mir angeht und dann wären wir am ende dieses videos also nach dem spiel ich mache jetzt nur eins wenn wir einfach zwei packs öffnen und mal gucken was bei rum kommt schauen wir mal was für einen gegner wir bekommen ja los geht's ja ich bin gespannt 82 awaiting vfb fett serie mit gommes in sturm nicht ganz so schnell aber der schuss ist einmalig von dem ja sieht ganz nett aus ne bundesliga gegen bundesliga hier hat ein paar dortmunder ich hab ein paar schalker so revier derby like ne führer und los geht's ja kundern kommen 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 zieh ob er mir angeht den gekriegt so ein stück so ein stück in mann ich wollte erst jubeln aber das hat mich die letzten videos mir das gezeigt dass das nicht so gut ist okay doch noch ist jemand um gottes willen jawohl schienen bald durchgesteckt aber mehr an fahrrad zu zählen jungen du lutschi kann dabei schön durch und aber wir haben dann eiskalt da aus eine schnelligkeit ausgespielt auch wenn es freistoß gewesen wäre und das wäre auch rot gewesen man im normalen fußball da sieht man es noch mal eiskalt behindert dafür hat sergio ramas im el classico glatt rot gekriegt und er hat noch weniger gemacht also hallo trägst du jetzt mit der ecke mensch holen was ist das denn boah unrecht die st das ist doch echt zum kotz sind was ist das für ein spiel gegen den pfosten gelmert das ding was macht da durchstoße irgendwie meine oma für eckenbräume wie so ein santana oder so warte für das bundesliga mein herz schön ob wir merken ob wir merken rennen doch mal kommt schon wie so eine karte haben sie über die latte gezogen kommen noch mal das war eine gute ecke ich war 20 meter 25 meter vom tor weg und der hund pfeift ab das gibt es doch gar nicht alter hätte ja kein tor werden können meine fresse öffnen wir jetzt einfach zweimal normale setz und mal gucken was da so bei rum kommt vielleicht ein paar verträge für uns oder spieler für andere teams ja hermann richtig nice für die rechte seite für unser team stark und die ich weiß gar nicht ob da irgendwas wert ist ja könnte was wert sein selber mit vier stars schwachen fuß leider nicht die modifikation wäre vielleicht nicht ganz so die trikots die sind richtig gut ich glaube die sind noch begehrt aber ich bin mir nicht sicher ja so ein normales pack ich mache erst mal alles ja an dem verein hat meiner gesagt soll ich doch mal besser machen denn habe ich auf jeden fall genug sachen für die anderen teams und dann mache ich das einfach nicht schauen wir mal jetzt was drin ist nur scheiße hauert bonze vier stars für den abwehrspieler man schwachen fuß und von aju spielt noch ne fc so schon in der lig san siro haben wir alles das trikwässlich max mann ja ist ganz nett und teamfitness ganz ok würde ich sagen leider nicht so der große wurf aber was soll's ich bedanke mich auf jeden fall bei euch fürs zuschauen ich hoffe ihr hattet spaß endlich mal fifa hier mit vollen emotionen und bewertet das video einfach wird mich selber kommentare freuen und über likes oder so und dann sehen wir uns in einem der nächsten videos leute haut rein